Hallo, hier bin ich wieder, euer Hawking King's Night mit Herz und Seele. Bereitet euch wieder We're Game Over 4. Heute im Video, gebratene Nudeln a la Hawking King's Night. Einfach frisch, schnell und lecker. Ich hatte noch Sojasprossen und Karotten über. Hm, ich glaube ich hab ne Idee. Und chinesische Nudeln. Bei jeder Vorbereitung immer eine Gleichkeit, etwas trinken und hätte was nicht sehr geniessen. Überlegt mir auch immer, was ich aus Resten oder so, wenn ich noch was hatte, auf was zaubern kann, weil immerhin hat alles auch Geld gekostet. Lasst euer heißes Wasser in den Topf reinfließen. Legt den Schalter von eurem Herd um. Dann gebt ihr euren Topf auf die Herdplatte. Dann braucht ihr ne Prise Salze. Dann hatte ich noch Lauch über, der wird auch noch verwendet. Dann braucht ihr noch ein paar von euren grünen Bohnen. Dann brauchen wir noch Mais. Gebt eure chinesischen Nudeln in Pfeifenwasser. Dann braucht ihr wieder eure Eier und ich lege die in die Schüssel rein. Dann legt den Schalter von eurem Herd um. Gebt eure Pfanne auf die Herd. Dann gebt etwas Öl in eure Pfanne. Dann nehme ich ein bisschen Kochwasser. Das Kochwasser habe ich für die Hühnerbrühe gebraucht. Dann gebt als erstes eure Eier in die Pfanne. Dann gebt ihr eure chinesischen Nudeln hinzu. Dann gebt ihr eure Hühnerbrühe hinzu. Dann braucht ihr Sojasauce. Von eurem Sesamöl. Dann gebt ihr ein bisschen Kochwein hinzu. Dann eine Prise Salz und Zucker. Dann gebt ihr eure Karotten und Sojasprossen hinzu. Andere Gemüse. Braten wir das Ganze noch etwas an. Dann lege ich euch das Rezept auf den Tisch flach. Dann lege ich für euch das Rezept frisch auf den Tisch flach. Da habt ihr das Rezept frisch auf den Tisch flach gelegt. Einfach, schnell, frisch und lecker und Mahlzeit meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Mittwoch. Euer Horking Kingsnight. Wie wäre es? Es wäre bestimmt mal gut mit euch zu kochen. Bratene Nudeln aller Horking Kingsnight. Bombastisch Leute. Macht das auf jeden Fall nach. Jetzt abspeichern und auf jeden Fall nachmachen. Ihr werdet es nicht bereuen. Mega legal.